Es schlief sich so schön, aber schon ist es der Tag, eben. Ich sagte mir heute, du hattest nicht kaputt, aber heute einfach anders. Ja. Tee? Ja. Okay, ja. Tee. 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 Ja. Tee. Tee. Ja. Tee. Tee. Ja. Ich habe mir das Gefühl, dass bei der Neurolinguistischen Bezug auf diesen Begriff Pacing existiert, damit man eine komfortabelle kommunikationssituation hat, damit wir eine ruhige Kommunikation haben. Wir sehen uns den anderen Körper. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.